Gibt's bei dir auf dem Holz? Tropen? Ne, das leider nicht. Bier können, hat der gefragt. Achso, ich hab Tropen verstanden. Teamspeak hat mal wieder... ...gedingst. Okay, benutzen wir wieder Skype. Hier unten muss das... Ja, ähm... ...Villager... Ich hoffe ihr erntet nicht meine Felder ab, ne? Fände ich nämlich... Achso, möchtest du mich dann gleich wohl einmal an... ...meinem Haus hier abholen? Ja, meinetwegen. Ja, ich kann mir Brote machen, das... Torben kennt ja inzwischen den Weg, ne Torben? Jaja. Boah, so'n Bogen ist echt was Praktisches. Ich fahr' grad übrigens essen, ne? Das... ...an Schafen. Man, die Goldstür haben wir nicht külpt. Ja, ja. Die bringt ja eh nichts, wenn wir die Schafe... Oh ja, die ist da eh gesagt. Also Kühe hab' ich hier genügend. Ja, äh... Kühe hab' ich hier auch zwei. Ich hab' hier genug Schafe und Kühe. Ich hab' hier tausende Kühe. Also... Ich hab' hier tausende Schafe. Und zwei Kühe, genau. Ja, deswegen Schafe reichen ja rein theoretisch. Ja, Schafe brauch' ich auch. Und äh... Schweine und Hühner halt noch dann. Ach. Dass du so geringer Anspruch hast. Obwohl Kühe braucht man ja für... ...Kürbiskuchen. Für Bücher. Und... Hühner. Ja, aber auch Kühe für Milch. Ja, aber man braucht auch Milch. Das stimmt. Braucht man aber nicht für Kürbiskuchen. Doch. Da braucht man Zucker, Eier und Kürbis. Stimmt. Da hat er recht. Ne, hat er recht. Gut, dann brauch' ich Bauch... Bläh... Äh... Mann! Brauch' ich? Ohne Scheiß. Was braucht man jetzt nochmal? Weiß' ich nicht mehr. Hab' ich ja auch vergessen. Äh, Zucker... Kürbisse... Eier und Kürbis. Eier. Und Eier. Genau. Also ein Zucker, ein Ei und ein Kürbis ergebenen Kürbiskuchen. Ja... Ah, okay. Ja, dann brauch' ich mir quasi so ne automatische Kürbiskuchenfarm. Ja, will ich auch machen. Ja, ja, nur halt ohne automatisch, ne? Ja, ja, genau. Ey, wieso? Ich lass' das dann quasi die drei Sachen automatisch in drei Kisten liefern. Jaja, aber du kannst halt nicht automatisch craften lassen. So wie bei Feed the Beast. Oder... Tagit oder wo das war. Ja, wo das... Feed the Beast. Naja, aber auch bei Tagit. So. Ist ja das gleiche Plugin. Flo weiß gar nicht, was das ist. Also, ein... Plugin gleich. Äh... Ein Mod. Oh mein Gott. Ich hab' ein richtig hässliches Haus gefunden. Von Torben. Wo bist denn du? Oh, Moment, ich glaub' das kann ich abholzen. Also, ist es von mir. Nee. Ich weiß doch nicht, wo ihr seid. Der gammelt da hinten rum. Jo, ich bin bei Torben. Hä? Ich weiß das dann mal ab, Torben, ne? Du rennst gerade... Du drehst dich zehnmal im Kreis, Tobi. Hä? Hä? Du bist voll weit weg, das Dorf kannst du noch gar nicht sehen. Lol, das ist wirklich dein Haus. Ja. Das wird Floß. Nee. Ach, cool. Ich wollte dich jetzt verarschen, aber... Nee, ich hab' meins irgendwie rechts davon oder so. Nee, ich hab' ne'n Schafbild. Deswegen hab' ich mich zehnmal im Kreis gedreht. So, dachte ich schon. Das Dorf ist dahinter. Alter, ist das ein Riesenbaum. Ah, nein! Die Schafe darf ich ja da nicht... Ups. Ja, kill einfach... Kill einfach keine mehr. Ja. Ich hab' auf jeden Fall auch für dich genug... Oh, jetzt wollte ich doch noch Dings farmen gehen. Zwei, drei. Nein, 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 nein. Zwei, drei. Jetzt kommt der Fall. Das Dorf holzen wir das hinterher ab, oder wie machen wir das? Ja, ja, denke ich, ne? Sieht ja hässlich aus. Hier ist übrigens ne... Ich hab' so ne richtig gute Truhe hier im Dorf gefunden. Ich glaub' die darfst du looten, ne? Ich glaub' die darfst du looten, ne? Hehehe. Hehehe. Oh, es wird, glaub' ich, wieder Nacht. Kann das? Nice. Das wär' ein bisschen hochwertig. Kurz nach Wischof erst. Ja, keine Ahnung. Ich bräuchte echt wieder ne Uhr, ne Flo? Hehehe. Immer unsere Diskussion. Hehehe. Ne, ich mach' mir eine. Und die häng' ich dann im Rad. Ey, man kann das voll locker nachm... Aber Junge, mit ner Uhr ist halt viel schöner. Nach dem Sommer. Nein. Klar. Aber scheiße, den nutzt man eh nicht. Doch. Außerdem hat man nen schön was zuhause im Zimmer hängen. Also wenn jemand Eichenzäpplinge brauche, ich werd' bald genügend haben. Ich hab' auch genügend. Außerdem hab' ich nen Wald vor der Tür. Ich baue mir jetzt hier grad schon nen schönen Wald. Okay, der... Der in der Kirche handelt die 39 Rottenflash. Hm, den sperren wir am besten ein. Ja, der kommt da nicht raus. Okay. Kann ich denn dann hier hinziehen? Wenn wir dann noch einen kriegen würden, der XP-Flaschen für Smaragde handelt. Aber XP-Flaschen bringen voll wenig XP. Ja, ist doch egal. Ja, und wenn du dann für, keine Ahnung, 5 Smaragde 16 XP Bottles bekommst? Und wenn du jede Nacht auf Zombie-Jagd gehst, dann macht das schon Sinn. Ja, okay, dann. Ja, okay, das stimmt. Am besten dann noch den Zombie-Spawner-Finn. Also uns fehlen nur im Moment noch Hühner, Torben. Jo. Sonst haben wir hier alle Tiere. Ja, Schweine werde ich mir mal rüberholen. Schweine haben wir nicht. Schweine haben wir nicht, aber die braucht man ja auch nicht. Schweine haben wir nicht. Aber die braucht man ja auch nicht. Ja, aber ich will ja nen Bauernhof bauen. Ja, okay, dann musst du auf die Suche gehen. Jo. Aber ich weiß da ungefähr, hier in der Gegend gibt's irgendwo welche. Aha. Ah, hier sind auch direkt Schafe bei mir. Okay. Okay, okay. Okay, okay, okay. Ähm. Wo soll ich denn da? Ach, da seh ich schon ein hässliches aus. Hä, wo bist denn du? Ja, da komm ich. Ich seh's nicht. Ja, aber hier sind keine Tiere für dich. Ja. Ach, lol. Floßhals ist ja überhaupt nicht weit entfernt und das sieht richtig hässlich aus. Hä, wo ist Flo denn? Ich check's nicht. Hier, Achtung, warte, warte, warte. Wenn du zu meinem Berg hinguckst, dann musst du nach rechts. Ajo. Ja, äh, ich weiß. Ja, du gehst richtig. Ich weiß, ich hab den Tobi gleich, ich hab den Tobi gehen sehen. Und hier musst du gleich rechts. Ajo, da ist das. Alter, Flo hat Esel. Ja, Alter, geil. Und hier sind sauviele Gür. Davon hole ich mal ein und dann vermehre ich die, ne? Äh, hast du mehrere Esel? Ja. Hast du nen Sattel? Ne, aber wir haben, wir können ja, äh, ah ne, die lassen sich gar nicht so mitnehmen. Wir lassen, das können wir auch nicht machen. Hm. Geh. Im Notfall schiebe ich die da hin. Äh. Oder mit meinen Kasten. Ich glaube, ich werde, guck mal, ne, da ist Torbens Haus in Sicht weiter, das ist scheiße. Guck mal. Ich schiebe den. Ja, aber ich kann Torbens Haus zum Glück nicht sehen. Ich weiß, weil wir nen Berg dazwischen haben. Zum Glück. Ja, weil Torbens Haus da irgendwie so richtig scheiße aussieht. Ja, das wird ja noch geil. Jetzt sieht's aus wie ein blöder Kasten. Enderman, was machst du? Ich bin auch im Moment. Hä, warum läuft hier? What the fuck. Nein, Flo, dein sieht geil aus. Ja. Alter, ich schieb den Esel echter zu mir. Ich bin ein krasser Typ. Flo, kannst du den mal bitte töten, den Esel? Nein. Ich hab ihn so weit getragen. Bitte, Flo, bitte. Nein. Dann geb ich dir auch... Außerdem sind hier nur zwei, und der Flo will ja auch welche für nen Bauernhof haben. Ach, die, ja. Ach, die, ja. Nein, mach ich nicht. Das hätte ich niemals von dir erwartet. Nein, nicht in das Wasserloch ein. Miststück, danke. Ja, wow, ich weiß nicht, wo ich hier bauen soll. Ich möchte nicht, dass Torbens Haus in Sichtweite ist. Esel. Geh. Ah. Was sind Berger? Esel. Ja, oder ich baue hinter dem Berg quasi. Ich glaube, ich baue hinter dem Berg. Also... Ja, Tobi ist weg. Oh, Alter. Nein, das bin ich gemein. Esel. Ich hab's fast geschafft. Esel. Esel. Flo, bitte töte ihn. Ey, was für ne dumme Idee das eigentlich war. Aber ich hab's tatsächlich gemacht. Vor allem brauchst du ja noch einen Esel. Ich frag mich vor allem, warum du das gemacht hast. Ich weiß es nicht. Ja, weil er noch einen Esel braucht, also. Ich weiß es nicht. Ich hatte grad das Verlangen danach, einen Esel zu haben. Oh, okay. Das kann ich verstehen. Voll und ganz. So, aus dem Wasser raus. Und erstmal in mein Haus rein, bitte. Ach, scheiße. Ich brauche ja auch noch Sand. Rein. Ich weiß ja, wo ne Wiese ist. Rein. Er ist noch nicht mal gezähmt. Einfach ein wildes Tier bis zu meinem Haus geschoben. Ein Raubtier. Aber Tier. Und jetzt wird es einges... Nein. Okay. Nicht wegrennen. Du sollst da rein. Alter, ohne Spaß. Esel. Junge, du bist so weit mit mir mitgegangen. Miststück. Warte, ich baue das hier. Ja, ich baue das hier. Hier ist ne gute Wortsangabe. Ja, wollte ich auch grad sagen. Gut, dass wir wissen, wo hier ist. Ja, ich möchte halt... So, perfekt. Das sieht cool aus mit dem Berg. Aber... Den einen Esel habe ich. Huiuiui. Ich baue das doch woanders. Den einen Esel habe ich auf jeden Fall. Oh, mit dem Berg ist schon cool. Ja, cool auf jeden Fall. Wenn ich das hier mache, dann brauche ich nur ein bisschen Terraforming. Oh, dann viel Spaß. Ich hasse Terraforming. Terraforming mag ich gar nicht. Oder ich baue das hier, dann brauche ich etwas weniger. Aber brauche jeder etwas weniger... Nee, komm, ich brauche viel Platz. Nein, nicht so much Platz. Und ich höre mein Echo. 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 Echo, Echo, Echo. Oh, ich bitte dann noch, seid ihr gleich bereit zum Schlafen? Klaro, immer. Nein. Alter, du kannst eben dein Bett planten. Ich nicht. Nein, ich habe es doch nicht dabei. Falls ob. Ja, natürlich Flo, ich nehme immer mein Bett mit. Warum auch nicht. Wenn du umziehst... Ich ziehe gar nicht um gerade. Ah, hier kann ich gut fahren. Alter, welcher dumme Villager hat die Tür aufgelassen. Loll, der hat einfach einen Hasen auf dem Fenster gezeugt. Och man, arme Hase, direkt erstmal getötet. Und einen Raw Rabbit bekommen. Da sind beide weg. Wahrscheinlich wegen dem Internet. Ähm, dann sollten die eigentlich gleich auch von TeamSpeak runterfliegen. Jupp, beide weg. Dann warten wir so lange. Und machen einfach alleine weiter. Weil wir die coolsten sind. Leute, wir können jetzt... Wir schlafen jetzt schon mal nämlich. Na los, lass mich schlafen. Nett mich sieben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, da sind wir wieder, Leute. Ähm... Vielleicht wurde übrigens dein Internet abgeschmiert, ne? Meins? Nein. Ja. Doch. Jetzt ernsthaft? Ja. Aber ich war doch die ganze Zeit im Internet. Ich war die ganze Zeit im Internet. Kann nicht so sein. Ja, wir auch. Aber ist gut. Jetzt ist wieder Tag. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt schlafen gewesen. Ah. Hä? Ja, bei uns ist nämlich der Server abgeschmiert. TeamSpeak abgeschmiert. Aber wir sind quasi noch auf andere Server draufgekommen. Ja, wir konnten auch noch Skype. Ja, ja. Aber bei mir ist ja auch nichts abge... Keine Ahnung. Passiert. Dein Internet war scheiße. Passiert. Jetzt wollte ich mir Fackeln mitbringen, hab's aber verpeilt. Oh, Torben, warum hast du wieder Tag gemacht? Das war nicht nett. Ich hab geschlafen. Oh, war cool. Torben, du bist echt klasse. Das hab ich sogar noch mit auf... Das hab ich sogar noch mit aufgenommen. Das Schlafen. Oh, Alter. Ja, wow. Ich backe im Boden. Ich nicht. Dein Pechner. Ich baue... Eine Decke. Danke, lieber Torben, dass ich wegen dir im Bogen gebackt habe. Das ist kein Problem. Echt? Für sowas brauchst du dich nicht bedanken. Das ist selbstverständlich. Muss man doch unterfreunden, ne? Genau. Okay, das könnte man abholzen da. Ja, das Haus da hinten beim Flo kann man auch abholzen. Ja, ist gut. Ja, ja, kann man auch. Den Rest muss man dann halt abspitzhacken. Boah, geil, Kühe. Ach ne, komm, ich bleib hier. Mitnehmen! Was denn? Kühe. Ach, bei mir sind tausende. Wahrscheinlich nimmt der Torben hier von welchem. Nee, echt nicht. Düm, düdüm, 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 düdüm. Naja, ich muss jetzt erstmal in die Wüste und Sand fahren. Boah, kannst du mir auch was mitbringen? Äh, hast du ein bisschen awkward für mich dann? Ähm, ne verdammt, hab ich nicht. Brauche ich selbst gerade alles. Egal, dann hol dir. Ah, ich bin dir. Nee, nee, nee. Nee, dann hol dir. Ich hol mir gleich Selbstwert. Nee, ich kann auch. Hallo, du dumme Kuh! Ich hab ne Weizenstange in der Hand. Geht doch. Oh, jetzt kommen sogar auch noch zwei Schafe mit. Das ist perfekt. Äh, Torben, in fünf Minuten machen wir Schluss, okay? Okay. Okay. Oh man, jetzt kotzt mich die Schafe wieder. Ach, geht doch. Mich kotzt der Flo auch an. Ja. So bin ich halt. Sehr. Oh. Ich sag ja nur Freitag, ne? Nicht hier rein. Ach so. Kommt her. Kommt. 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 Oh, hier ist schon das Haus. Warte, dein Schafskollege muss noch mitkommen. Du wär ein bisschen... Komm Schafskollege. Alle müssen auf dich warten. Danke. Okay. Oh, hier ist... Ich hab nen Huhn gefunden. Ah, hier im Birkenwald sind Hühner und hier ist auch ein Schwein. Hier sind Schweine im Birkenwald. Nein, jetzt Hühner sind Schweine. Hintertorbens Haus sind auch Schweine. Und auch Kühe. Also im Birkenwald sind alle Tiere. Außer Hasen. Ja. Hintertorbens Haus sind auch Schweine. Hasen hab ich. Ich. Ja, ich weiß, da sind auch bei mir zwei. Der ignoriert mich. Jo. Immer. Hab ich auch keine Lust mehr. So. Schafe und Kühe hab ich schon mal. Ja. Die beiden wichtigsten... Oh. Ich hab auch noch Pferde gefunden. Oh, das ist nice. Normaler. Dann merkst du die Stelle, weil dann können wir beide... Sondern Maul sind immer. Äh, ja, bei mir sind auch... Was? Äh, Pferde. Achso. Boah, gibt's jetzt voll viele. Richtig übertrieben. Oh, das sind auch noch hohe. Alter, aber Dschungel sind voll selten geworden, ne? Ja, und die waren am... Sonst bin ich immer direkt in einem drin gespawnt. Früher. Früher. Ja, ich auch früher mal. Als ich nur den Lab hatte und dann ist direkt... Immer direkt Welt wieder gelöscht. Ähm. Irgendwas wollte ich holen. Oh, das ist ein Oakwood-Biom. Ich glaub, ich bin falsch gerannt. Irgendwas wollte ich... Fackeln wollte ich machen, genau. Ich glaub, ich bin völlig falsch gerannt. Das kann passieren. Weil du bist ja auch einer, der nicht so oft nachdenkt. Ja, hier sind noch mal Esel. Also das kann durchaus sein. Aber hier ist Zuckerrohr und Kürbisse, nehm ich mit. Ich nehm mal ein Eisen erstmal mit nach da hinten für Werkzeuge und so ein Stissel. Oh, ich muss jetzt alles umpacken. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ich hab auch noch was in meinem alten Lager drin. Ja, deswegen hol das doch jetzt eben. Mach ich auch. Sonst denk ich da nicht mehr dran. Dann hättet ihr die Kiste looten können, ey. Weil die in Vergessenheit geraten ist. Aber erst leuchte ich mein Haus aus, bevor hier... Nee, hätten wir ja nicht... ...Skelette drin spawnen. Also die Kiste looten. Nee, hättet ihr nicht. Boah alter, Tobi ist so schlau, ne. Auch nicht, wenn ich die... Auch nicht, wenn ich die schon lange vergessen hätte, die Kiste. Obwohl, Torben, es macht keinen Sinn jetzt nochmal Sachen holen zu gehen, weil wir in einer Minute dreißig auffallen. Okay. Ähm... Also. Oh, dann geh ich mal lieber zurück, bevor ich den Weg nicht mehr wiederfinde. Was kann man nochmal mit... Achja, mit Hasenfell kann man auch Leder machen, ne. Ja? Hä? Ja. Ja, wenn man vier Hasenfell so in den Crafting-Tabys packt. Ach Gott. Ja, ich hab damit mal versucht, äh, ob man damit auch so Bücher, also wie, ob das wie Leder... Naja, das ist viel zu teuer. Also Leder aus denen zu machen. Müssten die eigentlich ein bisschen einfacher machen. Ja, vier Hasenfell. Ja, vier Hasenfell. Wenn man eine Hasenfell hat. Ja, ja, okay, dann ist es, äh... Mein Leder ist allgemein, ähm, heftig, also so auch für ein Zaubertisch Bücher. Mhm. Okay, früher ging das richtig leicht. Ja. Sobald man da ein paar... Sobald man da fünf Dears hat, hat man da richtig Zaubert... Ich hab Raw Rabbit, einen rohen Hasen. Ich hab auch einen gekochten Hasen. Guckt, Rabbit. Der tut mir auch leid. Aber der spürt nichts mehr. Und? Sicher, dass da nicht lippendig ist? Nee, 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 nee. Kannst du das garantieren? 23. Garantiert aus Bio-Haltung. Dim, 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 dim. In kleinen Käfigen, wo sonst auch Villager gehalten werden. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo mein Zuhause ist. Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, okay, Torben, brauche noch eben schnell die Lippe. Die ist schon zu Ende. Oh, okay. Dann, liebe Leute, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Haltet die Fresse, ciao, bis zum nächsten Mal.